Yo Leute, was geht ab? Cybe am Start und willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir ein bisschen Kingdoms and Castles. Wir gucken mal ein bisschen in das Spiel rein und ja, es ist ein Aufbauspiel. Bisschen Strategie, wie man sieht, auch ein bisschen den Block-Style, was scheinbar immer noch Trend ist. So, dann choosen wir mal unseren Banner. Nehmen wir mal den hier. Frostfall. Ist okay, so nennen wir unsere Burg. Ist ein Aufbauspiel. Alles so circa, wie könnte man sagen, im Mittelalter-Style. Burgen bauen, kleines Dörfchen aufbauen und dann immer weiterentwickeln. Und ja, es gibt wieder mal ein neues Video. Lange habe ich mich nicht mehr blicken lassen. Die Map, die sieht ganz in Ordnung aus. Wo bauen wir denn unser Königreich auf? Unsere Burg? Wir könnten hier anfangen. Hier ist eigentlich ganz gut. Da sind mir zu viele Steine. Die könnten das alles noch blockieren. So, fangen wir mal damit an, indem ich euch hier das ganze Interface erkläre. So, ich muss mal ein bisschen darauf schauen, ob die CPU-Auslastung und so weiter alles in Ordnung ist. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen und musste alles neu einstellen und installieren. So, oben links sind die ganzen Informationen, wie viele neue Bürger und so weiter dazugekommen sind. Hier weiter haben wir dann gleich die Anzahl der Bürger und Happiness, wie viele Betten vorhanden sind und so weiter. Hier haben wir Holz, Steine, Futter, also Essen, Geld, Kohle, Iron, also Eisen, Werkzeuge und Rüstung. Hier haben wir die ganzen verschiedenen Kategorien. Und zwar einmal die Burg. Das ist unser Häuschen, da wohnen wir drin. Ja, noch ein bisschen klein. Der Burgfried. Und den stellen wir hier hin. Hier ist ganz in Ordnung. So, mit den Pfeiltasten kann man so ein bisschen die Sicht ändern. Drücken wir mal auf Play. Da sind auch schon verschiedene Sachen aufgeplöppt. Bauen wir jetzt, ja, bauen wir als erstes ein paar Häuser. Okay, das war es auch schon mit den Häusern. Hier was zu essen. Machen das mal ein bisschen schneller. So, ein bisschen Holz fahren. Das braucht man am Anfang relativ viel. Und da haben wir unsere drei Advisor, Berater, sowie der Trump. Die hat aber alle rauskickt. So, Goods. Good Days. Good Days, Sir. Bla, bla, bla. Wir brauchen Farmen. Wir sollen ein paar Straßen und Häuser bauen. Und die hält sich meistens bedeckt und fängt erst an zu brabeln, wenn wir angegriffen werden. Wovon könnten wir angegriffen werden? Von Drachen, von Wikingern und weiteren Kreaturen. Aber weiteres später dazu. Ich lasse euch mal überraschen. Mal gucken, wie wir weiter spielen. Ähm, wie weit die Videos hier gehen werden. Das sollte eigentlich nur so ein bisschen ein kleiner Sneak Peek Preview werden. Habe ich mir glatt die Sachen runtergeschmissen hier. Nicht vergessen, kurz einen Timer zu stellen. Weiter geht's. Man kann ja auch schön drauf zoomen. Also ist ein ganz hübsches Spiel. Auch wenn es so relativ easy gehalten ist. Da haben wir schon mehr Holz. Müssen wir jetzt Stein abbauen. Da kommen wir aber so direkt nicht dran. Es gab aber was, womit man sowas abbauen kann. Removal, 30. Hier, da müssen wir uns woanders Stein suchen. Das ist der helle Stein. Da unten. Das blickt doch nicht zu weit weg. Stein und Holz ist eigentlich am wichtigsten. Industrie. Nee, das hier nicht. Das hier. Bauen wir noch ein paar Häuschen. Like this. So, wir brauchen ein bisschen mehr Essen. Aber wir haben gerade mal acht Bevölkerung. Von daher sollten 17 eigentlich reichen. Die Tante holt immer rum. Kann man das auch mal getrost ignorieren. Die holt eigentlich bei jeder Kleinigkeit rum. Construction. Okay, wir haben zu wenige Arbeiter. Wir sollten ein paar Gebäude closen, damit wir das bauen können. Aber keine Sorge, wir haben genügend. Das waren nur die paar Leute, die Holz holen waren. Die arbeiten jetzt hier ran und fertig. Jedes Jahr kriegt man neue Bevölkerung. Und dann sieht man hier immer so ein Resümee. Sagen wir mal, zehn Leute sind gekommen, aber fünf haben nur einen Platz gefunden. Oder fünf wollten nur bleiben. Oder gar keiner wollte bleiben. Und da hat man halt immer so verschiedene Angaben. So. Hier mal sowas bauen. Falls es mal anfängt zu brennen. Aber wo stellen wir das hin? Machen wir das hier hin? Hier kommt dann so ein Weg hin. Ich baue gerne so ein Blöcken. Habe ich mir so von Arno und so weiter angewöhnt. 17 Bevölkerung. Wir sollten Essen auch aufstocken. Also man sieht auch schon, die Karte, die sieht auch ganz schön bunt aus vom Boden her. Das liegt daran, dass dieser Boden hier sich überhaupt nicht eignet für Landwirtschaft. Der ist eher, wie heißt es, oder wie auch immer man das ausspricht, liest ich ja auch in dem Spiel das erste Mal. Das ist eher, wie fängt, mir fällt das Wort nicht ein. Kargisland. Kargisland. Das ist so mittel und das ist, das hier ist sehr gut. Hier, Agrarkultur, Wirtschaft. Die kümmert sich immer ums Futter. Winter. Was ist das hier denn für eine Meldung? Wir bauen den hier auch noch sowas zum Lagern hin. Für habt ihr es gehört? Da kommt ein Drache. Da ist auch der Kollege schon. Der kommt ganz schön schnell. Ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht. Die habe ich aber leider verkackt. Und der zündet auch sofort. Ne, okay, gut. Das letzte Mal hat er auch nichts angezündet. Beobachten wir den Kollegen mal. Da ist er. Aber er haut sofort wieder ab. Das finde ich schön. Wir sind dann vorhungern. Ach, haut mal rein, Kollegen. So, jetzt müssen wir auch ein bisschen warten. Ein bisschen Holz fahren. Das hieß das Zeichen, dass die Hunger haben. Okay. Ein bisschen Food haben wir zusammen. Wir bräuchten so ein Lager. Holz und so weiter. Bauen wir mal in die Ecke. Ich glaube, einen Weg braucht er. Ja, machen wir den Weg. Food. Möchte ich das hier bauen. Das ist eine Apfelplantage. Das Problem dabei ist, also es bringt auf jeden Fall viel mehr an Futter. Das Problem ist bloß, dass es bei starkem Regen geflutet werden kann. Das stand ja auch in der Beschreibung gerade. Gebäude. Wie konnte man die nochmal drehen? Ich glaube mit QE. Ne. Mit R genau. Wie Rotate. Rotieren wir das mal so rum. Das kann man auch nur auf so Viererblöcke setzen. Ich weiß nicht, ob wir hier Häuser in Bonn sollen, weil das Land hier so gut ist. Treasure Room. Das brauchen wir auch. Rotieren wir das Ganze mal. Wo ist der Eingang? Da. Stellen wir das hier hin. Ja, okay. Komm, passt schon. Den Baum noch weg und packen wir die Plantage hier hin. Auch wenn der Holz-Typ hier ist. Fällt den Baum auch jemand? Ein größeres Haus. Machen wir das so. Wenn das zu lange dauert, dann lassen wir das. Storage bis zu 200. Das sollte passen. Das drücken die ganz gut. Ja, jetzt brauchen wir noch mehr Bewohner. Was wollte ich noch unbedingt haben? Ein bisschen Schutz. Das könnte man... Das sollte ich aber auch ein bisschen zentraler stellen, weil die Bogenschützen haben eher so einen bestimmten Bereich, einen begrenzten Bereich. Und zwar so circa hier so. Und desto höher man den Turm baut, desto größer wird der Bereich. Ja, wir verhungern immer noch. Und wir sollten diesen Town Square bauen, um fest... um feste zu organisieren. Kostet, glaube ich, 25 Gold. Ich habe das alles schon drei Stunden gespielt. Okay, wir hatten ein paar Besucher, aber keiner hatte Bock zu bleiben. Das Jahr 12 haben wir schon. Okay, nice. Das haben die gebaut. Was für ein Food Output haben die denn hier? 10 pro Jahr und das hat 26 pro Jahr. Lohnt sich eigentlich sowas eher. Weil pro... Sagen wir mal 10. Vier Blöcke sind 40 und das hat vier Blöcke und bringt uns nur 29. War das nicht gerade 26? Naja. Bauen wir hier noch... Brauchen wir einer kommen. Können wir machen. Das war auch schon die erste Folge. Ah, Maus bleibt noch schon hier. Ups. So. Das war die erste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein kleiner Einblick in das Spiel. Ähm... Ist ganz interessant. Hoffe ich. Für euch. Für mich ist es auf jeden Fall. Ist auch ganz hübsch gehalten. Und, ähm... Wir sind noch annähernd nicht weit gekommen. Also es gibt doch einiges, was wir bauen können und sollten. Und, äh... Um die Wirtschaft hier voranzukriegen. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!